Ja, mach hier mal nicht so'n Wind. Oh yeah! Naja, wussten wir alles. Mist, ich hätte mal Nein drücken sollen. Naja, zu spät. Oh. Oh. So, stop. What are you? What are you? Oh. Defeat by Rock. So. The head's been crushed in. The body's jammed in the floor. Do you wanna pull it's body out? Yes. Thank you. You are a good person. And on top of that so strong. Thank you for saving me. I would like to do something for you to express my gratitude. But with that said. I'm only capable of making bombs. Yeah. Huh. Okay. Okay. Hui. Okay. The head's been crushed. The head's been crushed. The head's been crushed. Aus. Stop. Aua. Ja, da nützt uns dem ganzen Herzen nichts. Na, hier nicht Level down. Nicht Level Down Warum ist die eigentlich wieder Level 1, die Waffe? So Ich stelle mich gerade aber auch an wie der erste Mensch Mensch, Mensch Ah, ich war oben Los, jetzt Jetzt Chironime Och, Mann Hä, das ging doch gerade von allem Will das jetzt schaffen Hier ist es da So, geschafft It's not the right key for that door Well, that's upset If there's no K-Lol Well, we'll need to break it down There has to be a better way Okay, boom Hm What? Ah, okay Ah, okay Do you want to save? Game saved Wenn man den Spring-Button drückt, kommt man hier auch hoch Fast So Seems to be locked Gum is written on the door Gum is written on the door Ah, wer ist das denn? Wer ist das denn? Wer ist das denn? Oh, ich stelle mich gerade echt zu blöd an, ne? Nein You have died Ah, hab ich das Frustrating Und nochmal, weil alles so schön war Ah, ich möchte jetzt mal wissen, warum die So Jetzt stellen wir uns auch nochmal nicht so blöd an You sent something Red flower petal littered What? Petals littered the floor Ah, alles klar There's nothing there Uh-huh Jets Ah, alles klar Und dann Ah, alles klar Oh, ich möchte jetzt mal Das verstehe ich gerade nicht, weil siehst du so. Ähm. Hm. Warte mal, der Roboter kann doch Bomben legen. Ah, what? Someone is trapped inside, you're definitely all good, I understand. Let us make a Bomb then, we will demolish that door. Please locate the foreign materials for the Bomb. Karolkohle, also Holzkohle, Jellyfish Juice and Gum Base. Let us make the Bomb once all the materials have been emmessed. Woah, wo kriegt der das alles her? Na ja, Jellyfish Juice weiß ich ja schon mal. Nein! Oh Mann, jetzt bin ich da wieder reinge... Ja, möchte ich bitte. Jetzt muss ich wieder hinten starten. Esel! Ach, Menno! So, Level ab. Gott, was muss ich jetzt alles finden, ne? Na ja. Was macht man ja alles fürs Geschäft, ne? So. So. Gehen wir nochmal rein. Ich muss jetzt nochmal anlaubern, weiß nicht, ob das Bestandteil der Mission ist. Ja, ja. Okay, I'm making Bombs. You want a rusty door, blood, someone trapped inside. You're a good person, I understand. Let us make a Bomb then. Ähm. Karolkohle, Jellyfish Juice and Gum Base. Ich glaub, Gum weiß ich, wo ich her krieg. Gamm kriegt bestimmt hinten von dem Ding da her. Gamm kriegt bestimmt hinten von dem Ding da her. So. Tschack. Und gleich mal ein paar Herzen mitnehmen. Ja. Ah, nicht geschafft. Und nochmal. Zack. Na. Seems to be locked. Gum is written on the door. Hm. Braucht ich da jetzt auch noch einen Schlüssel, oder was? Na, mal gucken. Holzkohle kriegt man doch aus dem Kamin bestimmt. Na komm. Was war das hier? Ah. Ah, nee. There's nothing there. Okay. Hm. Ich glaub, jetzt gehen wir erstmal speichern. Lass mich in Ruhe. So. So. Hm. So. Tschack. Ich wusste es. Ja, ja. Deswegen hab ich jetzt hier gespeichert, weil sonst hätten wir ja wieder den ganzen Quark da nochmal machen müssen. Ich hab sie jetzt echt hier zurück. Hm. Naja. Werden wir ja gleich sehen. Danke. W死 zu Ende? Ja, ja. Mach es nicht, ber die was und verg人民 zu sagen. sterb du genau hier war der der kollege der